Was geht YouTube und herzlich willkommen zu diesem Video. Für alle, die nicht mitbekommen haben, was wir letzten Monat auf Twitch gemacht haben, erzähle ich euch die Story, wie es überhaupt zu dieser Challenge kam. Alles hat damit begonnen, dass der Twitch-Chat sich beschwert hat, dass man mit Kanalpunkten gar nichts anstellen kann. Da dachte ich mir, ab 20.000 Kanalpunkte kann man mir ein Checkout einreichen, das ich dann im Stream checken muss. Und es wäre natürlich nicht mein Twitch-Chat, wenn sich die Leute nicht irgendwas Lustiges einfallen lassen hätten. Deshalb gab es die erste Challenge für 20.000 Kanalpunkte, die da hieß Bullseye Bullseye Doppel-Eins. Daraufhin kam der nächste mit 20.000 Kanalpunkten um die Ecke und schlug vor Bullseye Bullseye Doppel-13. Als wäre das nicht genug gewesen, kam noch direkt dahinter eine Challenge Bullseye Bullseye Doppel-11. Und als wir dann schon so weit waren, dachte ich mir, was soll's, jetzt sind wir schon so weit, wir machen einfach Bullseye Bullseye Around the Glock. Und hier gibt's jetzt das Video, wo wir alles geschafft haben. Es wird auch noch ein Behind-the-Scenes geben. Lasst ein Like da, falls das Video euch gefällt. Und jetzt viel Spaß. Was? Das ist wieder gerade. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020